Heute mit einer Premiere, nach zehn Folgen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Kreisverwaltung, haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der auch stark verwurzelt, tief verwurzelt mit dem Landkreis ist, aber ganz unbestreitbar nicht Beschäftigter der Kreisverwaltung ist. Neben mir sitzt Max Langenhahn, der sicherlich vielen Menschen im Landkreis bekannt ist, aber vielleicht doch noch nicht jedem, weil es nach meiner Wahrnehmung viele Menschen gibt, die sich für den Wintersport interessieren und weil Max Langenhahn natürlich auch mit seinem Weg, den er bisher zurückgelegt hat, dafür gesorgt hat, dass Wintersportinteressierte oder wenigstens wintersportaffine und offene Menschen ihn wahrgenommen haben, aber diejenigen, die mit Wintersport noch gar nichts am Hut hatten, die wissen vielleicht nicht, wer Max Langenhahn ist. Deshalb würde ich vielleicht als erstes mal die Frage aufwerfen, wer ist Max Langenhahn? Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, wer ist Max Langenhahn? Ich glaube einfach jemand, der genauso wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger in den Landkreis Gotha gehört. Ich bin aufgewachsen in Ernstroda, im Ortsteil von Friedrichroda und kann eigentlich nur positives berichten aus unserem wunderschönen Landkreis. Bin natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr so richtig im Landkreis, weil natürlich meine Trainingsstätte in Oberhof ist und da ist ja gerade so hinter Oberhof oder Oberhof die Grenze zum wunderschönen Landkreis Gotha. Aber natürlich bin ich ziemlich, ziemlich oft daheim, habe natürlich auch tolle Sponsoren hier auch in der Heimat und wenn ich es schaffe, bin ich natürlich schon sehr, sehr, sehr gerne bei uns hier zu Hause. Ich habe von deinem rodlerischen Weg gesprochen oder von deinem, doch vielleicht erst mal auf dem rodlerischen Weg. Was hat dich im Rodeln bekannt gemacht? Also wer vom Wintersport nichts mitbekommen hat und vom Rodeln, was macht dich zu einem besonderen Rodler? Oh, das ist eine gute Frage. Was macht mich zu einem besonderen Rodler? Ja, vielleicht natürlich am Ende wird man natürlich irgendwie, bestärkert man seinen Bekanntheitsgrad nur durch irgendwie Erfolge und vielleicht auch irgendwo Medienwirksamkeit. Und am Ende habe ich das natürlich jetzt in den letzten Jahren ganz gut geschafft. Erst recht hat so diese Heimweltmeisterschaft 2023 sehr dazu beigetragen, dass man irgendwo dann seinen Bekanntheitsgrad noch ein bisschen erhöht. Aber ich denke wirklich, wie gesagt, alle Wintersportaffinen so bei uns im Landkreis, die am Samstag und Sonntag in der schönen Winter- und Weihnachtszeit vorm Fernseher sitzen, die haben mich bestimmt schon mal gesehen. Aber am Ende haben die mich oder kennen die mich natürlich auch nur mit Helm auf und im Rennanzug. Und das ist immer auch so ein bisschen schwierig, glaube ich. Also wir wissen jetzt, du bist Rodler, wir wissen, du bist international unterwegs. Wir wissen auch, du bist erfolgreich. Du hast von der Heim-WM gesprochen. Was für Medaillen lagern in deinem Medaillenschrank? Ja, sehr viele. Darüber freue ich mich natürlich auch. Also erst recht von der Oberhofer Heim-WM lagert eigentlich einen ganzer Medaillensatz zu Hause. Mit Gold, Silber und Bronze durfte ich mich da oben bei schönstem Wetter und tollster Stimmung schmücken. Dieses Jahr habe ich sogar geschafft, diesen Medaillensatz noch ein bisschen auszubauen. Da sind nochmal zwei goldene und eine silberne dazugekommen, was mich natürlich auch sehr positiv stimmt. Aber am Ende habe ich die natürlich jetzt woanders gewonnen und nicht zu Hause. Das ist immer ein bisschen schade. Ich gucke irgendwie immer auch so, obwohl wir jetzt irgendwie 2024 schreiben, immer so mit ein bisschen traurigem Auge zurück auf 2023, weil mein Ziel ganz klar war, dass man irgendwie zu Hause dann doch so die größte Ausbreite schafft, weil man es einfach auch allen Leuten zurückgeben möchte, die irgendwie dafür gerackert haben, ob das jetzt Ehrenamtliche sind, die da oben Schnee geschaufelt haben in den Wochen der WM oder eben auch die Leute, die einen nur bei der technischen Kontrolle oder bei der Gewichtskontrolle das Gewicht notieren oder irgendwo eine helfende Hand sind. Da ist es halt immer schön, natürlich, wenn man irgendwie als Lokalmatador dann eben den auch zeigt, hey, ihr habt das nicht nur für alle anderen getan, sondern auch erst recht für die Sportler aus dem Ort oder aus der Region. Das ist immer ein bisschen schade, wenn ich so zurückgucke und denke mir immer so, man hätte irgendwie schon die Chance gehabt, mehr Goldmedaillen zu gewinnen. Aber am Ende, ja, tröstet es einen ja auch, wenn man einen ganzen Medaillensatz zu Hause hat. Und umgekehrt, die Heim-WM war deine erste Weltmeisterschaft? Ne, das war meine, oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die dritte Weltmeisterschaft. Ich hatte davor schon zwei, ja genau, zwei Weltmeisterschaften erleben dürfen und die dritte war dann Oberhof. Wie ist denn der Weg zu den Weltmeisterschaften gewesen? Ja, interessant. Erst recht der Weg zur WM zu Hause in Oberhof war wirklich, ja, alle würden sagen, ja steinig bis eigentlich unerreichbar, weil ich hatte eigentlich einen sehr, sehr guten Saisonstart. Es lief eigentlich alles nach Plan. Am Ende, man bereitet sich auf so eine Heim-WM ja auch irgendwo zwei, drei Jahre vorher schon vor, weil man einfach schon nach Bekanntgabe des Termins weiß, okay, hey, das Tag X, da muss dann alles passen. So in drei Jahren muss ich so fit wie möglich sein. Und dann, ja, lief so der Countdown. Die Saison fängt im September, Oktober an und alles lief so völlig nach Plan. Und dann gab es einen kleinen Trainingssturz oder gar nicht einen direkten Sturz, sondern eher ein schlechter Lauf in Altenberg, der mir eigentlich erstmal, ja, so ein bisschen Verunsicherung gegeben hat. Aber ich habe immer gedacht, ja, ist nicht so schlimm. Ich habe mir ein bisschen, ja, Schmerzen an der Hand zugefügt. Und am Ende bin ich dann auch noch zwei Tage gerodelt, habe auch noch trainiert, weil irgendwo natürlich das große Ziel ganz klar war. Am Ende ging es dann doch irgendwie mit den Schmerzen nicht mehr. Dann war ich mal dann doch schnell auf dem Heimweg beim Arzt. Wir waren vorher in Altenberg zum Trainingslager und dann stand fest, ja, Hand ist gebrochen. Eigentlich war klar, die Saison ist damit jetzt eigentlich auch erstmal beendet. War zu dem Zeitpunkt, soweit ich weiß, knapp 50 Tage oder 60 Tage bis zur WM. Da haben natürlich alle gesagt, ja, jetzt vier Wochen Gips. Da sind natürlich die ersten 30 Tage weg. Dann hat man kein Training gemacht und hat noch 20 Tage, um diesen Bruch da irgendwie verheilen zu lassen. Und ja, ich habe mir natürlich intelligent, wie ich bei solchen Sachen immer bin und jugendlicher Leichtsinn ist da auch immer dabei, mir erstmal keinen Gips geben lassen, weil ich gesagt habe, ich möchte weiter trainieren. Natürlich reduziert. Nach drei Wochen kam dann doch die Einsicht, ich brauche vielleicht doch mal zwei Wochen den Gips. Dann war aber auch schon Weihnachten und dann waren es noch 30 Tage. Und dann war ich kurz vor Weihnachten, über Weihnachten dann in der Reha schnell. Und dann bin ich glaube ich Anfang Januar das erste Mal wieder gerodelt zu Hause, habe realisiert, okay, es geht halbwegs. Dann bin ich schnell zum Weltcup geflogen, weil ich brauchte natürlich irgendwo noch Punkte, dass ich mich trotzdem für die WM qualifiziere. Und am Ende durfte ich dann irgendwie doch die WM erleben. Meine Hand war zwar getapet und ich hatte sehr viel Schmerzmittel intus, aber das hat dem Ganzen nichts abgebracht, weil ich glaube, nur allein durch die Stimmung und dass man einfach alleine da irgendwie oben steht und man die Hälfte der Leute, die an der Bahn sind, kennt, lässt einen wirklich viele, viele Schmerzen vergessen. Und am Ende saß ich dann sozusagen nach der Zeit dann oben am Start und hätte es auch glaube ich kaum glauben können. Und mir war auch das Ergebnis zu dem Zeitpunkt völlig egal, weil ich so wusste, okay, was jetzt die letzten drei Monate passiert ist, war total komisch und ja nicht hervorsehbar. Und alle haben gesagt, das wird nichts. Und am Ende saß ich oben und habe allen irgendwie auch gezeigt, das war für mich wichtig, dass es doch geht. Also du bist unter Schmerzen gerodelt, auch wenn du es vielleicht in dem Moment nicht so sehr wahrgenommen hast. Nun ist ja Rodeln nicht unbedingt eine Sportart, die so eine richtig breitensportart ist. Also manch einer, also wenn ich jemandem beschreibe, ich war Laufen und da ist mir irgendwie beim Laufen die Lunge irgendwie rausgefallen, weil ich es irgendwie übertrieben habe, dann gibt es doch draußen den einen oder anderen, der sich das auch vorstellen kann. Ist Rodeln eine Sportart, die insgesamt wehtut oder ist Rodeln eine Sportart, die ich setze mich auf einen Hobel und rutsche da mal runter? Ich denke immer so, jeder kann das machen, jeder kann das probieren. Man braucht halt immer diese Rodelbahn dafür. Jeder ist in seiner Kindheit schon mal irgendwie einen Skihang runtergefahren oder einfach nur einen Hügel mit einem Plastikschlitten oder mit einem Holzschlitten. Und ich sage mal, das, was man dort erlebt, ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit dem, was man dann auf der Eisbahn erleben kann. Aber es ist irgendwo, es gibt immer Ähnlichkeiten. Und ich denke, natürlich ist auch kein Radstar oder kein, ich weiß nicht, kein Fußballstar von Hummel gefallen. Die haben sich das auch alle durch Training natürlich angeeignet. Und dass man da immer mal was einstecken muss und dass man da auch stürzt, das gehört einfach da dazu, glaube ich. Das ist so eine Sportart, wo das eben so ist. Ich kann mich an meine eigene Kindheit erinnern, dass ich auch nicht von heute auf morgen Fahrrad fahren konnte und auch zwei, dreimal ordentlich hingefallen bin. Und am Ende hatte ich natürlich auch am Anfang Stützräder und dann irgendwann dann keine mehr. Und so ist es auch beim Rodeln. Man kann natürlich, man muss nicht gleich die Bahn von ganz oben bezwingen, man kann das mal ganz weit unten anfangen und sich ganz langsam rantasten, ob das einfach auch eine Sportart für einen ist oder ob man sagt, okay, ich habe jetzt mal das erlebt und ich glaube, ich brauche es auch nicht ein zweites Mal erleben. Was sind denn die Grundvoraussetzungen, die man mitbringen sollte, um erfolgreicher Rodler zu werden? Also besonders groß, besonders klein, Hebel, Kraft, Ausdauer, Konzentration? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so Hand-Augen-Koordination, an sich Koordination ist schon mal sehr, sehr wichtig, weil man sehr, sehr viel zu tun hat während der Fahrt mit dem Lenken und dem auch Wissen und Einprägen der Bahn. Wo ist die ideale Fahrlinie? Wo ist die, ja, gar nicht so ideale Fahrlinie? Und ansonsten natürlich Kraft. Ich sage mal, Größe, Gewicht spielen eigentlich nicht so eine große Rolle, weil man hat es auch einfach bei uns in der Weltelite, da gibt es ganz, ganz schmale, kleine Männer und dann auch wieder, ja, Männer, die halt irgendwie zwei Meter und plus sind und halt auch 110 Kilo wiegen. Und trotz dessen schafft es der kleinere von den beiden dann auch Rennen zu gewinnen, aber auch irgendwann manchmal der größere. Ich denke, es ist so ein riesiges Gesamtkonzept, was da immer jeden Tag auch passen muss an den Wettkampftagen, was ausmacht, dass man da irgendwo erfolgreich sein kann. Aber ich denke, Kraft ist sehr, sehr wichtig. Die muss man mitbringen, Koordination und vielleicht auch einfach so einen gewissen, ja, Kitzel, dass man wirklich auf Adrenalin steht und sehr, sehr gerne Risiko eingeht. Da du erfolgreicher Rodler bist, unterstellen wir einfach mal, dass all die Eigenschaften, die du jetzt hier beschrieben hast, dass die bei dir zu finden sind oder jedenfalls ein Großteil von dem. Ich würde gerne nochmal in den, ja nicht ganz Urschleim, aber in die frühen Kindheitstage von Max Langenhahn mal gucken. Was hat dich zum Rodeln gebracht? Ja, eigentlich meine Schwester, weil die hat Rodeln gemacht. Für mich gab es, wie bei jedem Jungen, der irgendwie in der Grundschule ist, nur Fußball. Und zufälligerweise hatte ich immer an dem gleichen Tag, wo meine Schwester ihr Rodeln hatte, Rodeltraining hatte, hatte ich Fußballtraining. Und meine Mama musste mich dann immer holen und dann sind wir zwei, dreimal danach dann auch noch meine Schwester holen gegangen. Da habe ich immer gesehen, die machen ganz viel so Gleichgewichtsschulungen, koordinative Sachen und das macht natürlich schon nur vom Außenzuschauen sehr, sehr viel Spaß. Und da habe ich immer gesagt, ich würde das gerne mal mitmachen. Am Ende bin ich dann irgendwo mal bei dem Training gelandet, wusste aber gar nicht, dass das nicht der richtige Sport ist, den wir da in der Halle machen. Und dann wurde ich irgendwann mal eingeladen und haben alle gesagt, na, willst du nicht mal mit nach Oberhof kommen? Und für mich war so, ja, was machen wir denn in den Oberhof? Gehen wir da auch in die Halle? Und ja, dann war ich das erste Mal mit auf der Eisbahn. Irgendwann, ich weiß, das war ziemlich späte Trainingseinheit, weil das ist eben für die Vereinskinder, ist die Trainingseinheit immer sehr, sehr spät abends angesetzt, weil vorher die ganzen, ja, Profis und Nachwuchsprofis trainieren dürfen. Und ja, es war bitterkalt und dann diesen dünnen Rennanzug und als Kind ist man eh ein bisschen wehleidiger, glaube ich. Und dann funktioniert es eben nicht gleich auf Anhieb im ersten Lauf und da war mir für mich auch klar nach dem ersten Training, nee, das ist nichts für mich. Also ich kam heim, hatte natürlich auch so ein, zwei kleine blaue Flecke, weil ich auch gar kein Talent für den Sport am Anfang hatte. Und dass ich sie überhaupt da bis dahin geschafft hat, grenzt, glaube ich, auch ein bisschen an Wunder, weil ich war auch immer nicht der Top-Sportler in Thüringen. Ich habe es immer so gerade so in diese Landesauswahlen und in diese Thüringen-Auswahlen geschafft. Und ich glaube, wenn man jetzt ältere Trainer fragt, die hätten wahrscheinlich gesagt, nee, aus dem wird nichts, weil er schafft es noch nicht mal in seiner Altersklasse irgendwie da unter die Top 6 zu kommen. Und dann war es ja immer so überschneidend mit zwei Altersklassen. Und wenn ich auch die ältere Altersklasse war, habe ich trotzdem nicht gewonnen. Aber am Ende hat es sich doch ganz gut bewahrt, dass man drangeblieben ist. Das ist, glaube ich, für mich auch einfach wichtig, dass man konsequent weitergearbeitet hat, obwohl vielleicht andere schon in der Jugend viel besser waren. Und die habe ich jetzt so in den letzten Jahren erst wieder eingeholt und vielleicht auch überholt. Das, was du da so beschreibst, deckt sich mit einer Wahrnehmung, die ich habe, dass du ja, glaube ich, jemand bist, der sehr ehrgeizig ist. Also wenn du beschreibst, das Talent war mir nicht in die rotlerische Wiege gelegt, dann scheint es ja doch mit Training und Ehrgeiz gelungen zu sein. Also du hast ja vorhin auch gesagt, Adrenalin, wenn du es jetzt so beschreibst, als Kind war es ja eher nicht so, das Adrenalin. Also hatte ich als Kind schon der Ehrgeiz gepackt und dann irgendwann das Adrenalin dazu? Also ich glaube so, als Kind ist man eh schon so ein bisschen ein Adrenalin-Junkie. Der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube, dadurch, dass ich selber schon immer Ski gefahren bin und auch immer schnell Fahrrad fahren wollte und ich wollte auch immer mit dem Fahrrad noch größere Sprünge machen und immer noch weiterspringen, bis die Mama auch dann gesagt hat, jetzt ist auch irgendwo mal gut, weil ihr tut euch irgendwann richtig weh. Aber das war halt so, glaube ich, auch der Ehrgeiz für mich. Höher, weiter, schneller ist immer so gewesen. Ja, genau das bin ich. Ich hatte einen tollen Nachbar, der mich da auch, glaube ich, immer auch genauso in dem gleichen Bereich hingedrängt hat, weil er wollte dann weiterspringen mit dem Fahrrad als ich oder höher springen oder er wollte schneller laufen, er wollte mit dem Fahrrad schneller fahren oder ja, er wollte den Fußball übers Garagendach schießen, dann musste ich das natürlich auch können. Das ist so, glaube ich, das hat einen dann gegenseitig so natürlich immer wieder so angezwickt. Und am Ende jetzt für mich ist es immer noch so, ich kann gar nicht verlieren. Das ist wirklich das Schlimmste für mich. Für mich ist es auch immer so, ja, der zweite Platz ist der erste Verlierer. Und das ist, glaube ich, das, was mich manchmal ein bisschen daran hemmt, dass man vielleicht ein bisschen besser sein könnte, weil man dann zu ehrgeizig ist. Aber manchmal ist, glaube ich, so ein gesunder Ehrgeiz auch ganz gut, weil es einen einfach weiterbringt, weil man hart akribisch an dem arbeitet, was man erreichen möchte. Jetzt stelle ich mir noch mal die Situation vor als kindlicher Rodler oder als junger Jugendlicher, wo du ja beschrieben hast, jetzt vielleicht von einem alten Trainer nicht so als talentiert betrachtet. Irgendwann wird aber ja wahrscheinlich dann doch der Ehrgeiz dich so weit gebracht haben, dass irgendwann ja doch auch ein Talent erkannt worden sein muss. Weil ich unterstelle, sonst wärst du nicht da, wo du heute bist. Und wir haben ja, glaube ich, zu einer Sportgala, ich weiß nicht mehr genau wann, aber mal auf der Bühne gestanden gemeinsam. Da ist dir der Nachwuchsförderpreis verliehen worden. Da war also ja schon erkennbar, Mensch, da ist jemand, der erfolgreich im Jugendalter rodelt und wo es auch ein großes Talent gibt. Zu welchem Zeitpunkt ist dieser Talentsichtung dazugekommen, dass man eben nicht gesagt hat, ja, der ist vielleicht ehrgeizig, aber nicht talentiert, hinzu, der ist ehrgeizig und talentiert? Für mich war so, glaube ich, ein großes Problem am Anfang auch, dass ich so in der Pubertät nicht richtig gewachsen bin. Ich bin auf Sportgymnasium jetzt gekommen, war einer der kleinsten und leichtesten und das hat sich bis zur 10. Klasse auch durchgezogen. Wo ich mein Abitur gemacht habe, war ich der Zweitgrößte und, glaube ich, auch der Schwerste. Ich weiß nicht, ich habe mich, glaube ich, gestritten mit einem anderen Profisportler, der auch sehr, sehr gut geworden ist, aber das war auch so das größte Problem, glaube ich, was ich in der Jugend hatte, weil einfach andere sind früher gewachsen, hatten da natürlich auch so ein bisschen in der Jugend den Vorteil mit der Größe. Ich war halt immer klein und leicht und ja, das ist halt einfach dann auch so ein bisschen, hemmt das einen, glaube ich, bei uns, weil einfach mit dem großen Hebel, dicken Arm, mehr Muskelwachstum mit 14, 15, da kann man natürlich schon bei uns am Start sehr, sehr viel mehr erreichen als der kleine Hempfling, der da irgendwie in der Ecke sitzt und sich umzieht und immer an dem Wettkampf teilnimmt. Und darum wurde ich, glaube ich, auch so eben nicht ganz so gut am Anfang meiner Karriere und das hat sich dann eben so ein bisschen gewandelt, wo ich dann natürlich auch gewachsen bin, dann die gleichen Voraussetzungen wie alle anderen hatte. Und dann kam vielleicht auch dann irgendwo dann das Talent dann doch mal langsam raus, dass ich auch ein bisschen mehr verstanden habe, wie das Rodeln so eigentlich funktioniert, dass dann auch stabile Wettkampfläufe kamen, wo ich dann auch nicht mehr gegen die Bande gefahren bin und wo ich auch einfach abrufen konnte, was ich mir im Training angeeignet habe. Und das ist, glaube ich, dann ein ganz großer, entscheidender Faktor, weil ganz viele sind natürlich in dem Alter von 15 bis 18 da, glaube ich, speziell im Wettkampf noch nicht so fokussiert. Die sind vielleicht alle Trainingsweltmeister und sehr, sehr gut. Aber im Wettkampf kommt es eben darauf an, dass man von A nach B am schnellsten fährt, ohne Fehler zu machen. Und das ist mir, glaube ich, dann auch ganz, ganz gut gelungen. Und den Vorteil genieße ich mittlerweile auch immer noch so in der Weltspitze, dass es mir immer gelingt, auch wenn ich vielleicht nicht der schnellste im Training bin, zum Wettkampf dann die Leistung zu bringen, die ich brauche, um vorne mitzumischen. Ich muss deshalb jetzt gerade an dieser Stelle ein bisschen schmunzeln, weil ich vor wenigen Wochen eine Jugendweiherrede gehalten habe. Und als ich einem Jugendweiherteilnehmer die Urkunden in die Hand drückte, der da so zwischen den anderen Jugendweiherteilnehmern stand und zwei Köpfe kleiner war, habe ich ihm gesagt, mach dir keine Sorgen. War bei meiner Jugendweiher genauso. Ich war der Kleinste. Aber mit 16 habe ich sie alle gekriegt gehabt. Und vielleicht einen schönen Gruß an den jungen Mann. Wenn er mir zuhört oder uns zuhört, dann kann er sich jetzt auch von Max Langenheim bestätigt fühlen, dass das mit 14 noch nicht der entscheidende Zeitpunkt sein muss. Nein, auf alle Fälle. Ich kenne es nur zu gut. Ich weiß nicht, wie es bei meiner Jugendweiher war, aber ich war da auch auf alle Fälle noch sehr, 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 sehr klein. Und ich glaube, viele hätten nie gedacht, dass ich mal so groß werde. Wir wussten das natürlich, dass ich laut der ganzen sportärztlichen Berechnungen, die man so hat mit angehendem Nachwuchsprofi, da wird dann sehr, sehr viel gemacht und sehr, sehr viel geschaut. Da stand immer 1,90 Meter. Und ja, alle haben immer gesagt, wie soll das gehen? Du musst ja irgendwann mal noch 30 Zentimeter zulegen. Und dann war ich irgendwie 14 und 15 und es ist immer noch nichts passiert. Und dann kam es auf einmal dann doch innerhalb von zwei Jahren, dass dann ein kleiner Wachstumsschub eingesetzt hat. International erfolgreich und Ehrgeiz. Es gibt ja wohl doch noch Medaillen im internationalen Wettbewerb zu gewinnen, die in deinem Medaillenschrank noch nicht liegen. Welche ehrgeizigen Ziele hast du denn vor dir liegen? Ja, erstmal möchte man natürlich immer so saisontechnisch das ausbauen, was man so in den letzten Jahren geschaffen hat. Und ich denke, man kann jedes Jahr drei Weltmeisterschafts-Goldmeistern gewinnen. Letztes Jahr habe ich es geschafft, zwei zu gewinnen und eine silberne. Da ist natürlich jetzt irgendwo auch das Ziel für mich, aus der einen silbernen vielleicht noch eine andere Farbe zu machen, die ein bisschen schöner glänzt in der Sonne. Aber ganz großes Ziel sind natürlich winterolympische Spiele. Das ist das Größte für jeden Sportler, ob Sommer oder Winter, sind einfach olympische Spiele das Größte, was man erreichen kann im kommerziellen Sport. Und ich denke, dass mein Ziel da auch ganz klar ist, 2026 in Italien dann eine Medaille zu gewinnen. Ich durfte einmal in meinem Leben jetzt olympische Spiele erleben. Und das, was man dort erlebt, auch wenn man keine Medaille mit nach Hause bringt, ist wahnsinnig, wahnsinnig schön. Aber ich glaube, mit einer Medaille um den Hals nach Hause zu kommen oder eben auch eine Medaille um den Hals in Italien zu haben und dort irgendwo zu stehen auf einem Podest, wäre, glaube ich, das Größte. Und das vollendet, glaube ich, auch erstmal so eine Karriere, wo man sagen kann, okay, man hat davon geträumt. Man hat es auch bewundert, dass das andere geschafft haben. Jetzt möchte man das natürlich auch schaffen, um halt vielleicht nicht mehr nach oben zu gucken zu anderen und einfach auch dieses Gefühl selber mal zu haben. Das ist für mich, glaube ich, das Allerwichtigste. Aber natürlich liegt nächstes Jahr erstmal eine andere Saison an. Da ist der Höhepunkt eben eine Weltmeisterschaft und dann das Jahr drauf kommen ja erst die olympischen Winterspiele. Ich erlebe dich immer als einen Menschen, der einerseits total in der Welt unterwegs ist. Logisch liegt ja auch im Job und in der Passion begründet, andererseits aber total verwurzelt ist. Und auch ja nach wie vor beim BRC Friedrich Roder, also beim Bob und Rodel Club Friedrich Roder, seine sportliche Heimat hat, neben der Sportförderung in Oberhof natürlich. Welche Rolle spielt das für dich, beim BRC zu Hause zu sein? Und gab es da auch mal eine Frage, irgendwo anders hinzuwechseln? Oder ist das keine Frage gewesen? Die Frage gab es sehr, sehr stark. Erst recht, wo ich aufgerückt bin in das Senior-Nationalteam, also sozusagen zu den Großen von den Junioren, dann ins Erwachsenen, in dem Erwachsenenbereich. Da war für mich ganz klar, ich möchte weg aus Thüringen, weil ich mehr Chancen gesehen habe mit Bayern, weil dort einfach die ganzen Strukturen vielleicht zu dem Zeitpunkt ein bisschen besser waren. Dazu kam, dass eben halt in Thüringen sehr, sehr viele Top-Sportler waren, wo man sagt, okay, da muss man sich wahrscheinlich hinten anstellen. Dann hatte ich natürlich auch leider nicht den tollsten Trainer, der mich da abgeholt hat auf dem Niveau, auf dem ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Aber am Ende stand für mich fest, ich möchte irgendwie am Dienstag und Donnerstag auch immer mal vielleicht, wenn ich Zeit habe, zum Fußballtraining zu Hause. Ich möchte am Mittwoch in Finsterbergen zum Volleyball spielen mit Freunden und ich hätte das, glaube ich, hier nie aufgeben können, weil ich sehe gerne meine Family. Ich fahre gerne, wenn ich auch zwischen den Weltcups irgendwie mal abends Zeit habe und wir gerade in Oberhof zum Weltcup sind, gerne einfach heim, weil ich einfach weiß, das erdet mich erstens wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und zweitens, ja, es ist einfach schön, dann zu Hause zu sein, was Schönes zu essen, mit Mama und Papa einfach mal zu quatschen über alles, was nicht mit Rodeln zu tun hat. Das ist auch manchmal wichtig, wenn man das ganze Jahr nur über das eine nachdenkt. Und am Ende, ja, sehe ich das einfach jetzt auch gerade beim BRC 05 Friedrich Roder da so wahnsinnig tolle Arbeit gemacht wird, dass ich auch einfach super, super happy bin, wenn ich manchmal nach Hause komme und sehe, ey, da sind so viele motivierte Kids, die alle irgendwie jetzt zu mir aufschauen. Ich komme immer ganz oft einfach gar nicht mit der Situation klar, dass die mich bewundern und ich denke mir, ich bewundere sie eher dafür, dass sie Rodeln machen. Und dass ich selber mal dort war und mir gedacht habe, irgendwie hatte ich ja auch irgendwie so Leute, die bei uns dann im Verein schon am Sportgymnasium waren oder vielleicht Junioren-Weltcups gefahren sind. Da hat man natürlich auch immer so hochgeschaut und jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Jahre später ist man selber die Person, zu denen hochgeschaut wird. Deswegen freut es mich immer, wenn ich einfach schaffe, nach Hause zu kommen, weil ich weiß, was ich für leuchtende Kinderaugen hatte. Und dann ist es für mich immer so, je nachdem, wie ich Zeit habe, versuche ich einfach nach Hause zu kommen oder vielleicht auch bei Wettkämpfen von den Kleinen vorbeizuschauen, weil die freuen sich da wirklich so narrisch, dass es einfach für mich auch so ein richtiges Geschenk ist, dass ich abends ins Bett gehe und denke mir, ich konnte heute eine Freude machen. Kleinen Kindern, die irgendwie alle auf dem Weg sind, mich zu beerben, was ich natürlich auch ganz gut fände. Aber bis dahin hast du dir noch ein bisschen was vorgenommen. Wir stellen fest oder ich stelle fest, dass das Zeitlimit, was wir uns für diesen Podcast hier immer setzen, offensichtlich nicht ausreicht, um alle Geschichten zumindest mal zu tangieren, die Max Langenhahn erzählen kann. Vielleicht fassen wir mal ins Auge, dass wir uns vielleicht nochmal wieder treffen. Am liebsten nach einer erfolgreichen Olympiade 2026. Gerne. Vorher laufen wir uns ganz sicher über den Weg und ich glaube, nicht nur wir beide, sondern auch der eine oder andere hier im Landkreis. Und ich will vielleicht an der Stelle einfach mal eine Einladung aussprechen. Max Langenhahn ist wirklich jemand zum Anfassen, der überhaupt gar keine Starallüren hat, sondern sich freut, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, wenn er da im Gespräch ist, von seinen Geschichten was erzählen kann, auch ein bisschen was aufnehmen kann von dem, was hier passiert. Und deshalb bin ich einfach mal so frei und lade mal ein, wenn jemand da irgendwie ein Kommunikationsbedürfnis hat, das gerne auch nicht mit Schüchternheit zu überdecken, sondern auch zu nutzen. Eine Abschlussfrage würde ich mir trotzdem noch erlauben. Du bist ja nicht nur Rodelprofi und Sportprofi, sondern auch Medienprofi, weil das glaube ich heutzutage zum Sportprofitum dazugehört. Deshalb ist glaube ich auch die Situation mit einem Podcast für dich auch gar nicht so ganz neu. Ich hatte zwischendurch manchmal das Gefühl, dass die Fragen, die wir hier besprochen haben, dass das ja auch übliche sind. Gibt es Themen, die du, wo du dich wunderst, dass die nicht irgendwann auch mal im Podcast und Interviews angesprochen werden und wo du sagen würdest, Mensch, da würde ich eigentlich gerne noch besonders mal drüber sprechen, außerhalb der Podcast- und Interviewroutine oder? Ja, ich glaube für viele ist es immer so, erstmal muss man irgendwo erklären, worum es geht, was mache ich, wie verbringe ich den ganzen Tag. Aber am Ende, wenn man da wirklich mal richtig hinter die Kulissen guckt und sehr, sehr gute Fragen stellt, dann kann man sehr, sehr vieles an Informationen bekommen. Ich bin da eigentlich immer so offen und ehrlich, weil ich immer denke, der Sportler, den ihr im Fernsehen seht, der ist nicht annähernd so, wie ihr euch das vorstellt, denn am Ende bin ich wirklich so jemand, der auch sagt, okay, klar bin ich irgendwo Profisportler, ich verdiene damit mein Geld, aber am Ende bin ich auch einer, der vielleicht am Samstag mal auf einer Kirmes ist und zwei Bierchen trinkt oder eben halt am Sonntag bei der Kreisliga beim Fußball auf dem Fußballblatt steht und einfach auch ein ganz anderer Mensch ist und einfach da Spaß hat. Ich glaube, viele verwechseln das immer. Ich habe da schon tollste Situationen auch beim Einkaufen gehabt, wo Leute dann gesehen haben, okay, ja, das mag es lang an. Gucken wir einfach, was der so einkauft. Und nachher gedacht, nee, warum fragen sie nicht einfach, warum ich das einkaufe? Und zwei Leute haben es bisher auch geschafft, mich auch direkt zu fragen beim Einkaufen, was ich daraus jetzt mache, was in meinem Einkaufswagen liegt. Aber ich denke, da gibt es schon sehr, sehr interessante Themen, die man natürlich auch immer mal besprechen könnte. Aber ich habe ja natürlich jetzt eine Einladung. Ich glaube, ich nehme die Einladung auch nur an, wenn ich mit einer Medaille nach Hause komme. Und ansonsten kann ich nur sagen, jeder, der mich trifft, jeder, der mich kennt, der kann mich sehr, sehr gerne immer ansprechen, jede Frage stellen. Ich beantworte normalerweise jede. Ja, aber ich denke, da gibt es schon noch so ein, zwei, drei Themen, die speziell beim Leistungssport immer so gar nicht angesprochen werden, wo viele sich aber ein Bild von machen würden gerne oder auch einfach deine Meinung haben, die aber oft wirklich zu einer 180-Grad-Wende der eigenen Meinung über die Person führt. Ja. Also übersetzt die Frage, was macht man aus einer Tiefkühlpizza? Nee, also die kaufe ich wirklich nicht. Das ist gut. Ich habe einen tollen Ernährungsplan und da kann man natürlich, ich koche sehr, sehr gerne sehr, sehr viel Gesundes und natürlich erst recht, ja, leistungsförderndes Kochen, egal wo man einkauft, egal was man zur Verfügung hat, kann man da immer sehr, sehr viel Spaß an dem haben, was man auch isst. Ja, dann würde ich einfach mal festhalten, wir haben eine Verabredung, du bringst die Medaillen nach Hause und ich mache mir Gedanken, was ich dann für Fragen stelle, um vielleicht noch ein bisschen hinter die Fassade gucken zu können. Es war mir auch heute wieder eine Freude, ich wünsche dir für den anstehenden Sommer oder, ne, er hat ja schon, auch wenn es sich im Moment heute nicht so anfühlt, aber er hat ja begonnen, Wintersportler werden im Sommer gemacht, habe ich gelernt. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, wünsche dir viel Erfolg bei den nächsten Weltmeisterschaften und drücke die Daumen, dass Olympia klappt und Olympia auch erfolgreich sein wird. Vielen lieben Dank. Danke dir auch. Und mehr Info zum Podcast gibt's auf landkreis-bota.de Vielen Dank.